Okay, so kann man dem ausweichen. Aber ich weiß nicht, wie ich dir was zu essen geben soll, mein Freund. Ess doch! Warum isst du nicht? Okay. Wow. Wow, wow, wow. Ich verstehe gerade gar nicht, was ich machen soll. Das ist echt krass. Ich kann irgendwie... Ja, ess doch was! Ja, brav! Da... Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder die Attacke. Die... Wow, wow, wow. Hör mir der Attacke auf! Ich hab nur noch ein Herz. Na? Wo ist denn jetzt wieder? Oh, wow, 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 wow. Und? Besiegt. Okay, aber ich glaub, ich hab's in etwa. Jetzt mach ich's einfach nochmal. Genau. Du, 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 du. Ich mag das nicht, wenn er alles kaputt macht. Ja, auch alles kaputt zu machen. Das macht das Ganze umso schwieriger. Äh, ich will eigentlich gar nicht hier hoch. Äh. Okay, 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 äh, jetzt macht er das schon wieder. Er macht hier alles kaputt. Boah. Okay. Ja, toll, jetzt komm ich da. Das will ich doch gar nicht. Noch ein zweiter. Nein, jetzt ist der wieder weg. Oh, nein, Mann. Mann, 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 Mann. Nervt mich das gerade. Ja. 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 Nein, 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 geht doch nicht. Es wird immer schwieriger. Komischer Gegner ist komisch. So, der hier raus wahrscheinlich, ja. Geht er rein. Ah, schnapp ich ihn mir unten. Ah. Hey, wie viel braucht denn denn noch zu essen? Ah, nein. Kommt der hier irgendwo raus? Naja, er kommt oben raus. Ah. Nein, ah. Er hat sich doch was essen können. Böööö. Jetzt macht der Leite wieder blöööle. Oh, 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 oh. Was kommt da da oben raus? Zack. Zack. Ja. Zack. Ja. Zack. Nein. Ah. Sag mal, äh. Was ist, was ist hier los? Was soll ich machen? Ah. Verstehst du mich? Kann ich den irgendwie... Verstehst du mich, ich habe es jetzt falsch? Wow. Ich verstehe ihn hier gar nicht. Okay, ich habe hier gerade echte Probleme, wie ich den bashen soll. Ja. 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 Äh, äh. Was ist jetzt? Oder? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Äh, hallo? Äh, was zur Hölle? Hallo. Hm. Okay, Leute. Es steckt gerade irgendwas... Hä? Okay. Hm. Hm, 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 hm. Ich glaube, das Spiel ist nicht programmiert, so lange zu gehen. Hm. Hm. Tja, dann mache ich es einfach nochmal. Also, ich resete jetzt und versuche den einfach nochmal. Jetzt. Beziehungsweise, weil ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Deswegen hole ich mir jetzt einen Tipp. Weil das kann ja nicht schon angehen. Okay, man sieht sich beim nächsten LP von den Looney Tunes für das Super Nintendo. Boop, 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 boop.